hallo leute recht herzlich willkommen zu einer neuen folge xeno black chronicles so wir werden der heutigen folge mal ein bisschen nebenquests machen und zwar würde ich gerne aus dem missions buch die quest frische farben erledigen dafür müssen wir schauen wir mal was wir machen überhaupt das haben wir schon festgelegt wir brauchen ein krabberichtpanzer und drei farben drei farben stein dann schauen wir doch mal ob wir die besorgen können anzeigen tut es mir in dieser richtung das ist die harmonie gespräch sehr schön machen wir das doch gleich mal ursula wir sind da das ist doch die aussicht die du es abgesehen hat ist oder stimmt die landschaft wirklich schön aber wird ursula bestimmte szenen im er das da rotes baum ding das ist ein baum ich glaube das könnt ihr selber lesen oder ich glaube das könnt ihr selber lesen oder ich habe es immer liebte es oh wie ein lullaby du bist ziemlich sensitiv zu musik nicht, Ursula? ich glaube es ist etwas, worauf ich bin ich bin bei uns ich hab sie das ist etwas weird, Dora nicht hören Ursula sing Ursula auch nur mag ich listen to music ich mag singen die natürlich aber ich bin nervös um Menschen Ursula ist eine wirklich sehr wunderschön sie fühlt sich die sie S- sorry Machen wir mal. Kannst du auch ein Instrument spielen? Kannst du auch ein Instrument spielen? Torabett Ursula kann jedes Instrument spielen. Ähm, ich bin nicht sehr gut. Aber ich kann ein paar. Mehr als ein? Wow! Welches ist das beste Instrument? Vielleicht Morgan? Ich mag auch den Lütten. In der Tatjungen können sie auch ein Whisper Chord spielen. Nop-Hon-Klidern versuchte zu spielen von der Zeit von etwa... Ich würde gerne hören, dass du irgendwann mal spielen. Oh, Torabett und Ursula sollten ein Duett machen. Ich mag das. In der Tatjungen können auch ein Instrument spielen. Fan-Bass Lungs, die in der Unbeziehung von unglaublichem Erwartung. Das ist unglaublich. Es fühlt sich aus, dass sie mich alles über mich vergessen hat. Aber das ist okay. So lange, als sie einen guten Zeit haben, hoffe ich, dass sie so freundlich mit jedem sein kann. Ich habe da schon was reingetan. Schnecken, Violente, Cello. Okay, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier die Quest sehen können. Muss ich mal schauen, wenn ich so eine blöde Orgel bekomme. Dann muss ich in der Tasche ausrüsten und dann muss es normalerweise funktionieren. Wo kommen wir denn jetzt hier runter? Was ist dort unten? Dort unten habe ich leider noch keinen Punkt. Da müssen wir hier rumgehen. Was haben wir hier? So, schauen wir doch mal hier runter. Wenn wir hier was machen können. Wenn wir runter springen. Bäh. Oh. So, in diese Richtung sollte es eigentlich sein. Wollen wir mal, dass es für unseren Levelbereich ist, sonst haben wir ein Problem. Was haben wir hier? Flora heals an aching soul. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ah, da ist der Krabbenpanzer da, der komische. Okay, dann hauen wir den mal hier weg. Nein! Wir haben die Oberhand. Nur so. Steady! Drill! I saw her shoot those. Die Oberhand. Währends der Krabbenpanzer. Die Oberhand. Das war es für die Oberhand. Das war es für die Oberhand. Die Oberhand. Die Oberhand. Oh, also ist es ein... Wo ist es Fieger? Wir wechseln mal. Das können wir natürlich nicht fertig machen. Das kann schon was aus, heftig. Steady! Das war's für heute. Das war's für heute. So, haben wir jetzt hier was eingesammelt? Oh nee, wir haben keinen Krabberichtpanzer. Warum nicht? Warum haben wir ihn nicht? Boah, ist der schon wieder weg oder wie? Määäääää, määäääää. Da kriegen wir diesen blöden Krabberichtpanzer her. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal, was dort ist. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Nein, die halten aber aus. Die Camper sind echt ganz schön lang, hä? Wahnsinn. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung, schauen wir mal in die Richtung. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall! Ja! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Wir werden das zusammen machen! Los geht's! Los geht's! Ein Zahnar! Das ist ein Schraub. Welche Stauern! Das ist ein Schraub. Wir sind一 von der Fähigkeit. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Schraub. Gäuer Girau! Das ist ein Schraub. Dann geht's Liste. Die Ecke! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das kann man teilweise so schlecht ziehen. Hier ist noch eine. Okay, bring it up. Steady. Derin Shelter. Darkness. Felsen. My thoughts exactly. That's copy. Meh. Ha. Meh. Spinning. Cut out. Thanks for the support. Torrent. Let's go. Let's go. My thoughts. Derin Shelter. Stop. Wait. I will protect you. Stop. Break. Cut out. Meh. Dumbling down. I will improve ourselves. He-ho. This will be over before they know what's happened. Steady. Just so. I shall defend you to the last. Daring shot. Spinning. Cut out. Jaguar flash. All of that hurt. Let us make use of it down. Just so. Break. Stop. Break. Why not? Torra can do it. Torra will show your access. Just so. Cosmos moving on. Skyrim crash. Break. Rush down. Why not? Just so. Copy. Spinning. Cut out. Copy. Protect master. Break. Thanks for the support. Skyrim crash. Break. Steady. Drill. Just so. Winning. Jaguar. Copy. Protect master. Match. Thanks for the support. Make haste at retreat. And hit. Skyrim crash. Break. And hit. Defense protocol. And hit. Steady. Drill. 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 Einen Panzer nur bekommen, ey. Haben wir hier schon was? Hier haben wir auch gar nichts. Möchte ich in Sölder, was ist der? Machen wir das mal. Weil die Ads sind jetzt leider weg. Also kann ich die auch nicht farmen. 718 Meter. Schauen wir mal ins Missionsbuch. Und wo das sein könnte. Ah, da oben. Dann gehen wir doch mal dorthin und schauen mal, ob wir die Quests wenigstens erledigen können. Die Kinder stecken in Schwierigkeiten. Nichts wie irgend. Die muss sagen, mir fehlt meine Pyra so ein bisschen. Okay, bring it on. Is that all of them? Steck in! So, no darkness fills me. Daring shot! So, let's go to the ball at you go. And hit! Back on the key box. Thanks for that. Sure. Poppy will protect me either. Spin it! You're down here, full strafe. That does make you ever a job. Yeah. No one can stop us now. Rush down. Daring shot. I'm more fast. Gotcha. Strike cement face. Dumbly, dumbly! Come on. I can't take it. Yes, I really am the best. I'm ready. I'm a good choice, but to function. I am. Tora can do it! Armour push up! Tora will protect me. Frank's puppy! Happy spinning flash! Grenade launcher! Goodness! Just so. Er kann keine Angriffskettin hier machen, wenn mir einfach wirklich die Gruppenkonstellation so nicht passt. Yes, I really am the best. Tora will set up! Ich muss das alles einsammeln hier, bevor ich hier mit irgendjemandem rede. Was ist denn das? Was haben wir hier? Da wollen wir direkt mal nachschauen. Inventar. Der Autor war sein Leben lang Single, schaltet neue Teile für Poppy frei. Okay. Wie benutze ich das? Poppy? Poppy? Wie benutze ich das? Wie benutze ich das? Wie benutze ich das? Das ist was anderes, glaube ich, oder? Okay. Hm. Muss ich das dort machen? Ich weiß es nicht. Oder muss ich es in eine Tasche legen vielleicht? Tora. Tasche. Ich habe hier aber auch nichts drinnen. Wir können auf jeden Fall schon wieder was machen. Aber wie schalte ich das denn frei? Inventar. Flirtwiebel. Der Autor war sein Leben lang Single. Schaltet neue Teile für Poppy frei. Unter was leuchtendes? Das kann es auch nicht sein. Ausrüstung. Oder ist es automatisch? Das wird automatisch sein, denke ich mir. Okay. Tora ist da und bannt Gefahr. Ja, ja. Uns geht es gut. Ihr habt uns gerettet. Junge, Junge. Meister sind ja sowas von cool. Wenn ich mal groß bin, wäre ich auch gerne wie... Was ist los? Ach, schon gut. Hab nur mit mir selbst geredet. Wir sollten zurück zum Dorf. Geros macht sich bestimmt schon Sorgen. Ein bisschen aktualisiert. Sprich mit Geros in Garfond in Uriah. Das da oben nervt ein bisschen. Kann man das da nicht ausblenden irgendwie? Come out, come out. Flora heals an aching soul. Okay, bring it up. Können wir uns aber dort unten dann in dem Tunnel die Fragezeichen holen? Okay, bring it up. Let's go! And hit! Daring shot! Cause my system is better than being in the lab. Double down! Push down! Why not? Spinning! Cutter! Cutter driver! Just so! Everyone's getting psyched! I shall defend you to the last minute! I hear you! Daring shot! Show the delta! Gotcha! Why not? Just so! Just so! Please leave it to Dora! Dora will show them! Napane! Just so! Why not? Rush down! Blow them down! Good! Everyone's getting psyched! Just so! Just so! Not so! We're not ready! We're not ready! We're not ready! We're ready! Well now, how's this? We're ready! We're ready! We're ready! We're ready now! See? I knew you could do it! Was it going to be good for us for theären? OK! Well let's guess we are good for the That'squey deck map! Isn't dat, eh? Doblo! figuring out the planet! Off the planet, Mushroomy! That's okay. You gotta be good! Duck themselves! Himself! Mark Caesar! Snap our大哥! F küçükul! Der Blitz wäre halt, äh, anfällig, aber ich hab leider der Blitz hat und zusammen mit Blutten Komaan Komaan so, dort hinten wollte ich hin ich wollte dieses blöde Fragezeichen dort, endlich mal looten dafür muss ich aber die ganzen Penner hier erledigen ein Halt ein Halt ein Halt ARD Text im Auftrag von Funk So, und jetzt hilft mir wieder der Blitz. Eieieie. Komm mal in den Tor. Okay, jetzt würde mir den hier schnappen. Komm mal in den Tor. 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 Das ist besser als in der Welt zu sein. Nein, das sieht gut aus, das ist ja nicht normal. Ah, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Ja! Ja! Steady! Drill! Verify Blade! Gran Smack! Request and retreat! Toro! Ready! Ja! Alley, Werner! Stuck! Analyzing enemy force! Dumbly Dumbly! I just hurt! Ja! Oh! Feral Ofica! Spinning! Let's say I'm flying! I've given a shot! There's no way we can lose it! Time to join forces! Cease! Good to have you! Super! Steady! 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 die mission festlegen ja machen wir das mal warum die mal jetzt nicht noch mal wir müssen dann hier hoch praktisch aber wir müssen eh in richtung dorf gehen das wäre die andere seite gewesen schätze ich von der höhle dort unten noch eine ausgrabungsstelle sonst ist ja nichts sie kommen ja dann auch nicht mehr hoch dann lassen wir das mal ich will einen krabberrichter schwarze assi es ist es sehr schön So, ich denke mal, es ist irgendwie oben. Ich glaube, im Dorf hätten wir aber auch noch was zu erledigen, oder? Wie gehen wir mal zu gehen, sollen wir doch gehen. Wie gehen wir mal zu gehen? 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 Ciao, ciao, euer Andi.